Oh Mann, die Hose zwickt so zwischen den Arschbacken. Was? Ach, ich weiß nicht. Hier war doch vorher was gelegen. Ach, ich hab Opas Hose an. Was ist mit deiner Hose? Hey, also ich weiß nicht. Erzählst du sowas immer den ganzen Tag oder was? Hey, ich meine... Ja, Opas Hose hat zwar so einen kratzigen Filz dazwischen so und er rutscht dann immer. Ach so, ja, kenn ich auch. Hatte ich auch schon mal an. Ja, aber guck doch mal, ich kann jetzt. Hm, ja. Siehst du? Getroffen. Kannst du das auch? Versuch doch mal. Okay. Also ich kann's ja besser. Nur ich will einen Schokoriegel treffen. Oh, lag wohl in Opas Hose oder was, dass du es nicht getroffen hast? Woher wusste der das denn bloß? Hm. Billion. Ok. hatte ge